Hallo zusammen, mein Name ist Jana vom Bilbi-Team und in diesem Video zeige ich dir, wie du Replyco an Bilbi anbinden kannst. Replyco ist ein Tool für deine Kundenkommunikation, um nur noch eine zentrale Inbox zu haben, statt zwischen deinen Verkaufsplattformen hin und her zu springen. Wenn du mehr über Replyco wissen willst, dann schau in unsere Infobox vorbei. Da haben wir dir die Webseite von Replyco verlinkt. Wenn du Bilbi und Replyco zusammen nutzt, dann siehst du deine Bestelldaten aus Bilbi in Replyco. Das heißt, deine Bestelldaten werden deinen geschriebenen Tickets direkt zugeordnet. Um sicherzustellen, dass die Anbindung von Bilbi und Replyco funktioniert, musst du einmal in deinem Replyco-Account sicherstellen, dass du die korrekten Benutzerrechte hast. Dafür wechseln wir einmal zu Replyco. Um zu sehen, welche Benutzerrechte du hast, kannst du einmal auf Admin klicken. Anschließend auf BenutzerInnen. Hier siehst du jetzt alle aktiven Nutzer und Nutzerinnen deines Replyco-Accounts. Klickst du einen Benutzer bzw. eine Benutzerin an, siehst du die Benutzerrolle. In unserem Fall ist hier auch Admin. Das muss auch hier stehen, damit die Anbindung funktioniert. Um die Anbindung vorzunehmen, wechseln wir einmal zurück zu Bilbi. Schritt 1 für die Anbindung von Bilbi und Replyco ist es, ein API-Passwort zu vergeben. Hast du vielleicht schon andere Anbindungen über die API angebunden, kann es sein, dass du diesen Schritt natürlich auch schon gemacht hast. Wir schauen uns jetzt einmal an, wie du ein API-Passwort vergeben kannst. Dafür wechseln wir in unsere Einstellung. Anschließend in den Menüpunkt Bilbi-API. Wir müssen dafür die API erst einmal in unserem Account aktivieren. Jetzt können wir ein API-Passwort vergeben. Dieses Passwort solltest du dir natürlich merken, weil wir das gleich in Replyco nochmal brauchen. Nachdem wir hier ein Passwort vergeben haben, können wir dieses jetzt speichern. Um Replyco und Bilbi jetzt anzubinden, musst du einmal wieder rüber zu Replyco wechseln. In Replyco findest du oben rechts den Button Integration hinzufügen. Da klicken wir jetzt drauf. Hier siehst du jetzt alle verfügbaren Integrationen von Replyco. Wir scrollen jetzt runter, bis wir bei Bilbi angekommen sind. Hier klicken wir jetzt auch drauf. Jetzt musst du noch autorisieren, dass Replyco sich mit Bilbi synchronisieren darf. Dafür klicken wir auf Autorisieren. Jetzt brauchst du deine Zugangsdaten. Hier oben der Benutzername ist der Login von deinem Bilbi-Account, das heißt die E-Mail-Adresse deines Bilbi-Accountes. Das Passwort ist jetzt nicht das Passwort deines Bilbi-Accountes, sondern das Passwort, was du gerade in der API-Anbindung vergeben hast. Nachdem du deinen Benutzernamen und dein API-Passwort hinzugefügt hast, klicken wir auf Autorisieren. Jetzt wird dir auch angezeigt, dass die Bilbi-Integration startklar ist. Dieses Fenster kannst du jetzt einfach schließen. Deine Bilbi-Bestellungen werden jetzt automatisch von Replyco abgerufen und deinen Tickets zugeordnet. Du kannst auch in Replyco direkt überprüfen, ob deine Konfiguration funktioniert hat. Dafür wechselst du in den Admin-Bereich in den Menüpunkt Integration. In deinen Integrationen siehst du alle Integrationen, die du an Replyco angebunden hast. Hier siehst du auch deine Bilbi-Integration. Wenn du noch Fragen hast, wie du Bilbi an Replyco anbinden kannst oder zu Replyco allgemein, dann melde dich gerne bei uns. Lass uns einen Kommentar da, schau auf unserer Hilfe-Seite vorbei oder melde dich bei unserem Support-Team bzw. dem Replyco-Support-Team. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!